wie geht es euch wir sind super motiviert ein kleines neues format am rande doch mal was denn warum ist das so schwer okay freunde könnt ihr schon ahnen wie können ja das ist schon doof wer sich checkt das wasser drin endlich in den kanistern ist wasser drin und wir machen draus heute eine eisbad challenge das heißt das neue format nennt sich aushalten wer hält länger von uns beiden aus ihr kennt das prinzip das wort enthält schon alle partie wir haben natürlich damit wir hier spaß an der sache haben nach jede drei vier oder fünf minuten kommt von unserem moderator der gleich reinkommen wird eine frage wer weiter von der frage weg liegt bekommt eine bestrafung im sinne von es wird ihm schwieriger gemacht also noch kälter was denn was denn was denn ja alles ist kaputt was denn was denn was denn was denn was hast du abonniert hast du abonniert hast du abonniert wie fühlst du dich das ist so doof wir hätten erstmal reingehen wir müssen jetzt wie sollen wir es denn überhaupt hinkriegen ja sprache ich spucke ihr rein was weiter ist was denn 3 2 1 ja das sieht ja erst mal aus wie wirklich dann unterhalte junge ja ja guck mal recht da hin spuckt nicht in meinen eimer warum packen warum packt bien zuerst jordan warum packt bien zuerst Eiswürfverein, bevor wir da drin sind. Wir müssen doch erstmal für uns steigern. Freunde, ich liebe euch vom ganzen Herzen. Aber ihr habt eine Sache ver... Warum machst du mich nass, ja? Warum mach ich dich nass? Du bist aber schwitzen, Junge. Das ist schlecht. Hör auf, mich anzutatschen, Junge. Tatsch mich nicht an. Geh da rein! Tatschfinger, Junge, ja? Ey! Ey! Hallo! 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 Einen Applaus für Penelope! 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 Freunde, das ist unser Bruder. Viele kennen ihn aus den alten YouTube-Videos, das Baran46. Er regelt heute hier... Hab ich so Applaus-Taste oder sowas? Doch, warte mal kurz, warte. Warte mal kurz, guck mal, guck mal, guck mal. Ist kaputt, oder? Okay, ein Applaus-Chat! Hahaha! Hahaha! Die-Bausa! Die-Bausa! Du-Du-Se-Din-In! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Oh mein Gott, Alter, ist das scheiße kalt, Alter! Ey, 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 ey! Papa, bitte! Oh mein, sobald es auf die Beine oben hoch geht, du... Mach doch einfach mal! Das ist doch kalt! Alter Mann, da ist Fresse! Du hast die Fresse! Das ist doch kalt! Bruder, du musst dich doch konzentrieren, Bruder! Ja, du musst dich doch konzentrieren! Bis zu... Bruder Mann, ich schwindel dich! Wie viel kmh... Kann ein Jaguar werden? 95! Bruder, kmh, bist du behindert? Ey! Also wir sagen auf 3, 2, 1, dann sprichst du mir! Ja, genau! Wenn du mir jetzt nachgehst... Ich wiederhole, ich wiederhole! 95, Bruder! Das ist gar nicht logisch! Arme rein! 3... 2... 1... Ja, eure Antwort bitte! 20! 20! Okay... Was ist jetzt 20 kmh? Ein Fahrrad ist doch noch schneller, Junge! Klar, was du... Man weißt, was 20 kmh ist? PS! PS! Und nicht kmh! 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 Nicht PS! Was ist denn PS? PS ist... PS ist PS... PS ist PS-Power! Okay... 32kmh! Ist eingeloggt! Ist eingeloggt! Der Gewinner... Sammy Jackson! Achso, der Jaguar kann bis zu 80k machen. Und zwar Jordan, du kriegst eine saftige Ladung, als hätte das schon nicht gereicht, noch Eiswürfel dazu. Und ich bring die Bestrafung. Kannst du nichts machen? Kommst du hier dran? Stopp! Stopp! Freunde, wenn wir krank sind... Jeremy, was habt ihr denn? Du darfst nur einschmeißen. Mach mal ein Mund rein! Heiheuheu... Heiheuheu! Für mich habe ich langsam daran gewirkt. Warte, halt doch mal deine Fressik für 2 Minuten bitte, ja! An meinen Eisliffel oder so! Halt doch mal kurz, sei mal leise für 2 Minuten! Was ist das denn egal! Bitte, sag unlocked! Gib dir noch meine Gäppe Karte! Was für kein Bugatti, ich sag nur, dass es kalt ist, Juni! Oh, das weißt doch, meine Oma sogar weiß, dass es kalt ist, Juni! Oh, man! Das teuerste Auto der Welt ist ein Bugatti La Voiture Neure. Jetzt ist die Frage, was kostet das teuerste Auto der Welt, der Bugatti La Voiture Neure? Drei! Zwei! Eins! Drei Millionen! 150.000! Oha! Drei Millionen, bist du bekloppt, Juni! Was hast du gesagt? 150.000! Jugo, ganz kurz, ganz kurz! Bugatti Vero kostet nur drei Millionen! Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Leute! Bruder, ein normaler Lamborghini Urus kostet schon eine halbe Million! Juni, Rodalo fährt den! Jugo, wer ist Ronaldo? Was schubt mich Ronaldo? Ich hab Eis an meinem Sack! Okay, egal! Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Der teuerste, das teuerste Auto der Welt, der Bugatti La Voiture Neure kostet 16,5 Millionen Euro! Guck mal, brusche ich mich nicht! Brusche ich mich einfach nicht! Ich will mich überraschen in Ruhe einfach! Oh mein Gott! Danke, danke, Frosti! Guck mal, dein Arm ist in meine Eier gerade, Frosti! Oh, ja, ja, ja! Ich bin doch krank, Bruder, ich merk doch jetzt schon meine Halsprobleme nicht mehr, ja? Was ist dein Problem? Dieser Ventilator ist auch eine Erfrischung für mich! Wie lang ist der Fluss der Rhein? Boah, was weiß ich, fünf Meter oder so, ja? Wie lang? Wir kennen dich doch ganz Deutschland, Juni! Das musst du wissen! Was, ein Kilometer am Meter oder was? Ein Kilometer am besten! Oh mein Gott, die Hüseyne Gardissen, ja bitte, ja! Drei, zwei, eins, jetzt! 70.000 Kilometer! Oha, was machst du?! Das zählt nicht! Das zählt auch nicht! Doch, ist jetzt die nächste Sache! Ich zählt das nicht, ne? Das zählt natürlich, ich zählt das nicht! Halt deine Klappe, Mann! Okay, was würdest du aber anfangen? Was willst du sagen?! Berlin sind 500 Kilometer... Guck mal, spuck dich! Ich spuck wie viel ich fick! Ey, aber seid ihr eklig? Was? Halt meine Fresse, wenn ich hier nicht will! Ventilator, wenn ich hier in der Arzt stecke, weiß ich nicht mehr! Sag mal, was hier richtig! Kannst du nicht machen, kannst du nicht machen! Ey, aber das ist unfair, der hat nicht geantwortet! Ja, klar ist das unfair, du kriegst die Bestrafung! Halt deine Klappe, ich hab 50.000 gesagt! Und dann... Ja, HALT DEIN Fresse! Nicht mal seit ich auch zwei Stunden vorher! Ja, klar, ich hab's versorgt tausend! Okay, warte! Was willst du von mir? Ja, klar was du! Ja! Kannst du nicht... Das ist gar kein Wunschkonzept hier! Wir sind ja auf Kabel 1 oder was? Was sagst du? 40.000 und du sagst 50.000! Ich pep bei 50, ja! Ja, 50.000! Der Rhein, ihr habt beide zwar ein bisschen übertrieben, aber der Rhein ist 1233 Kilometer! Neee! Mach das Ding mal aus! Zieh das mal da raus! Wie denn? Nein! Du lässt das da hin, du lässt das hier dran! Mach das aus! Ja, mach gar nichts aus! Ein Eisklotz am Stiel! Hey! Ich zeig euch das einmal! In die Kamera! Er hat ganze Dinge mitgenommen! Und Sammy, du machst jetzt einfach nur deinen Mund auf! Danke, Danny! The Baby Daniel's off! Isst jetzt dein Eis, jubel! Nimm deine Hände aus! Ja, ich würde auch probieren... Isst mal! Bruder, zeig das doch mal wie du isst! Am Ende lügst du! Wie denn? Du musst das da drauflegen! Am Ende lügst du! Ah! Ey, das... Das ist doch kalt, das Teller, ja! Ja, das Teller! Wie lange existiert die Figur Mickey Mouse? Weil die war immer jung! Die waren 10, 11 Jahre oder so! Es geht nicht darum, wie alt Mickey Mouse in den Filmen ist! Die Frage ist, wie lange existiert Mickey Mouse? Jetzt! 2005! 2005? Jahre! Zwei... Oder 2005? Er meint... Jahres, ja! Er meint... Jahreszeit 2005! Vor 18 Jahren! Was sagst du? Wie viele Jahre? Meine Oma kennt die Mickey Mouse safe! 60, 80 Jahre! 80 Jahre sagst du? Nein, mehr Oma! Ich hab 150 eingeloggt eigentlich! Wenig kein Mickey Mouse! Es gab vielleicht Mickey Mouse vor 2 in 2... Pass auf deine Augen doch, du Kummer! Ja! Vielleicht kennt die Mickey Mouse vor 20 Jahren! Bruder, vertrau mir! Mickey Mouse! Wie viele Jahre? Bruder, meine Oma kennt... Ich vertrau auf meine Oma! Das kann nicht sein, Mann! Weil damals haben die nicht mal einen Fernseher gehabt, Junge! 150 Jahren war nicht voll Dings, ja! 150 Jahren, Bruder, weiß man, ob man auf Fahrrad gefahren, ja! Du sagst 15! Mickey Mouse existiert exakt seit 93 Jahren! Ich hatte doch nie in mein Leben einen Fernseher! Ich hab noch nie in mein Leben Filme oder Serien geguckt! Wollte ich sowas wissen? Alter! Die Bestrafung ist... Nein, warte! Was da, Alter? Bestrafung ist... Das sag ich doch gar nicht! Weil jetzt kommt eine geile Bestrafung! Sammy, ich nehm dir das mal... Ja, nimm bitte! ... Ey, du w hydration! Das ist ehrlich so sportlich! Ich will das! Was ist das? Ey, es geht nicht! Alter, was? Stopp! 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 Bruder, mach mal erstmal die ganzen Stücke da weg! Nein! Mach mal! 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 Nein, ganz ehrlich! Ohne Spaß jetzt! Das geht mir langsam am Keks vorbei! Was? Nein! Ey! Ich brauche nichts dabei! Ich schwöre da Hey! Nein! 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 Ich schwöre von ... Hey! Warte du nicht drauf! Ich brauche nicht auf die nachdenken! Nein! Nein! Ich brauche nicht auf die Dachden! Nein! 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 Ey! Alter! Dieser Lautbläser war etwas... Ey, ey, ey! Schiedsrichter, komm hier hin! Du gehst runter, du gehst runter! Ich sag dir, du gehst runter! Das ist mir viel zu kalt! Wie lang ist die chinesische Mauer? Ja, mach schnell, ich weiß sie! 3 Kilometer, 3.000 Kilometer! Die chinesische Mauer ist genau 21.123 Kilometer lang! Jäger-Meister! Du hast den neuen Hundert gesagt, ja! Der ist nicht da! Schiedsrichter! Der ist nicht da! Bruder! Guck mal, ich komm hier raus, ist mir egal, wenn er nicht das ist, Du kannst nichts machen! 10 bis 3, du hast noch einmal Haus stehen, dir alle Zähne raus! 3, 2, 1... Ich hab gepumst! Hey, 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 hey! Hör doch auf! Ja... Schiedsrichter! Gib dir mal eine rote Karte! Schiedsrichter, rote Karte! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Oh mein Gott! Komm, gib mal her, ihr Lümmel! Haben Sie irgendwas Zitronentee? Schönen Bahnen! Willst du mal riechen? Direkt die nächste Frage, ich kann nicht mehr! Soll ich dir das abnehmen? Warte, warte, warte! Warte, warte! Wie viel Geld hat die reicheste Frau Europas? Jetzt! 50 Millionen! 50 Millionen? Bruder, die ist die reichste Frau, Bruder, der sagt Millionen. Bist du ja auf den Kopf gefallen, die auf den Weg gehen? Was für Milliarden? 50 Millionen? Guck mal jetzt! Nein, noch nicht 50 Millionen! 2 Milliarden! 2 Milliarden? 2 Milliarden! 4 Milliarden! Da Sammy jetzt einmal gewechselt hat, hast du auch nochmal die Chance! Und weißt du was 11 ist? 11 Milliarden Euro! Lengardio! Avala Ginabra! Okay! 3 Milliarden! Und 11 Milliarden ist eingelogt! Die Antwort lautet... Hey, 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 hey! Boah, das ist misskalt! Die Antwort lautet... Diese Frau, Françoise Maier, aus Frankreich, hat... Baby! Genau! 93,6 Milliarden Euro! Boah, ich schlafe alle Schokoladensoße auf deren Nase! So! Es macht euch Spaß, naja! Eiskaffee für Sammy, da das Sammy nicht ruhig sitzen kann, wollen wir aus dem Eiskaffee ein extra Eiskaffee machen und hab Eiswürfel noch dabei. Dieses Eiskaffee schütteln wir jetzt hier rein und du wirst das komplett rausziehen! So? Ja, das ist Deins! Der muss das auf Ex trinken! Auf Ex komplett weg? Du musst das auf Ex trinken! Komplett, doch komplett weg? Jaaa... Ich geh raus, ich schwör' ich... Nein! Der will raus, der will raus, Bruder, ich kann auch nicht mehr... Wie viel Umsatz hat Mercedes-Benz im Jahre 2022 gemacht? Jetzt? 4 Milliarden... 50 Milliarden... Ist mir auch scheißegal, Alter! Ich schaue mal... Halt das mal fest! Halt das mal fest! Mir ist das scheißegal! Gehst du raus? Gehst du raus? Heeeey! Geh mal du mal erst Kaffee! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Was ist los? Was ist los? Was ist los? Geh weg mit die Karte! Geh weg mit die Karte! Jetzt halt du für mich! Jörn! 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 Ey, ich bin meine Beine nicht mehr! Mach einen Handstand! Hilf mal, hilf mal! Lach mal los, lach mal los! Oh mein Gott, halt mich! Das tut richtig weh! Oh mein Gott! Ich hab gewonnen! Ähm... OOI! 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 Semmü, Semmü, Sämmü Ja, trick Rpart Schluck runter, ey du, du musst 10 Sekunden sitzen 10 Sekunden sitzen, schluck runter erstmal 10, 9, 8 8, 8, 7 7, 8, 7 11, 12, 13, 14 15, 16, 15 4, 5, 8 9 Bah, Junge Guck mal, wie ich trete Es war ein Mann Aber er trank Trank Und trank Er trank wieder einen Schluck Mach das mal weg Das ist eh gelacht Dann hol doch ein Zebra Freunde Wir sehen uns morgen Ich liebe euch Danke dass ihr noch mal Vergiss dich auf Instagram zu folgen Ja Da dachte ich Wir machen das aus